Halli hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn wir sind hier voll in der Action Oh man oh man oh man oh man oh man ich bräuchte vielleicht Präzisions oder Brandpfeiler Sie sind zu stark wir können sie nicht aufhalten ah verdammt ich wurde erbricht Okay wie gehe ich voran So Nummer 1 Hammer okay Kopfschuss Kopfschuss zählt also mehr Den haben wir auch Es sind zu viele Wir haben keine Chance Okay der ging vorbei Den habe ich erwischt aber den hier brauche ich Verdammt Vernichtet die Sender Wobei gut ich mir vorhin noch mal Munition gemacht Verdammt okay Alles klar herstellen Verdammt Ich bin noch bei Munition jetzt oder? Mist ich komme echt nicht kann gerade keine Munition herstellen So zehn stück müssen reichen Weiß nicht in welchem Menü ich da gerade drin war Schnell lauft rüber zum seil Oh verdammt Tötet sie alle keine Zeugen keine Überlebenden Für die Uhr Mutter Oh nein da sind noch mehr Da kommen noch mehr Wie viele sind das? Wie viele sind das? Alles klar Menschen kill super 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 Hat einen Jägerfall bekommen So Oh jetzt reicht es aber Wie viele sind das? So mal kurz wieder Gesundheit aufheilen Alles nehmen Inventars voll Okay super Du schießt auf mich wirklich? Wir schaffen das nicht Ich habe die nicht da richtig ehrlich Ach Du tötest keinen von meinen Leuten Erledigt sie Sie sind zu stark Wir können sie nicht aufhalten Ach Mist Du tötest Ein nach dem anderen Assassin's Creed Wir haben keine Chance Hey Der hat sich aber wegge... Nein Oh nein Achso ist einer von uns Ah ok 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 Alles gut Wo willst du hin? So Ich hoffe ja Ich hoffe ja Ich hoffe ja Dass meine Munition noch reicht Weil ich vermute der da ist der letzte So Jetzt runter solange es noch geht Komm zurück Ja Ah Ah Vala Vala No Nein Gah Der Rotschopf stirbt jetzt Alle Vorwärts Yeah Ja Okay das werden wir noch sehen ob ich jetzt sterbe Okay Wieder ein bisschen Munition herstellen Jägerbogen köchers voll Na ist doch wunderbar So ich muss mich auf jeden Fall Von dem Maschinengewehr fernhalten Da duckt der sich Oh Gott Na was haltet ihr davon Ohne Munition bringt das nichts So na ich denke mal ich habe schon ein paar erledigt oder? Okay wo geht es long? Plündere den gegnerischen Anführer Habe ich denke ich mal gemacht Hier ist er Töke Oh 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 Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Malou? Nein! Verbrenne alles, dann zu deiner Aufgabe. Wie du befiehlst. Äloi! Aloy! Überlebe! Das war's für heute. Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blaschämie. Sie muss zu ihrer Mutter. Oh, nein! Aloy, es tut mir leid. Ja! Kehr dein Gesicht zur Sorge. Oh, nein! Oh, nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauch den Fokus. Nein! Hauptquest abgeschlossen. Die Erprobung. Was für eine Action. Oh mein Gott, es ist viel passiert. Und... Gut, jetzt müssen wir erst mal schauen, wo wir hier sind, wie wir hergekommen sind. Haben wir ja gesehen. Aber wie wird's weitergehen, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, dran geblieben, reingehauen und bis dann. Amen. Ja! Ja! Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020